Was haben wir da? Eine Kanone. Ah, da finden wir Metallteile und was ist das? Hasenfigur. Haben wir die schon irgendwo gebraucht? Da brauchen wir ein Rad. Okay. Gut, der Rad ist teuer. Was haben wir da? Oh Gott. Wie bitte? Noch mehr fehlende Teile? Kein Problem. Ja. Du musst ja auch nicht suchen. Das musst du nicht machen. Gut, was haben wir da? Da gehe ich gleich hin. Vorher noch. Seltsam Wölfe kommen Menschen einmal, also nichts. Okay, da. Scheiße, wir können jetzt da oder da lang gehen. Da ist aber sonst nichts mehr, oder? Nee. Auch in der Puppe sehe ich nichts mehr. Okay, dann gehen wir zuerst ein. So. Da sehe ich dich schon. Okay. Okay. Ähm, was haben wir dann? Oh. Geht das? Ist das der, aber das ist nicht der Rattenkönig, der ist auch so fett. Nein, ist er, ja. Oh. Doch, mit einem gut ausgebildeten Hund lässt sich selbst ein großer Wolf verjagen. Auf zum Hundehaus. Also das geht nicht. Okay. Sprich, da kommen wir sowieso nicht lang. Ah, doch, da. Ein Schloss aus Eis. Okay. Ich dachte, wir können das schlusszustellen. Was ist das hier? Bildfragment. Okay. Wer in einem Glasschloss wohnt, sollte nichts zu verstecken haben. Können das können wir nicht? Nee, okay. Okay, gut. Brauchen wir vielleicht noch irgendwas? Ja, ja. Da kommen wir nicht durch. Ja, ja. Okay. Was haben wir da jetzt gefunden? Die Hassfiko hatten wir schon. Ein Bildfragment. Keine Ahnung, wozu wir das Bildfragment brauchen. So, dann sehen wir uns da mal um. Da sehe ich schon den Hund. Das Licht der Laterna flackert, als sei es lebendig. Das ist ein Freund von dir? Nee, okay. Da haben wir einen Kasten. Er ist von innen verschlossen. Okay. Oh, da haben wir eine Puppe. 9,25. Ah, alles klar. Da brauchen wir dann wirklich... Irgendeinen Barren finden wir noch. Kupfer? Haben wir eigentlich schon. Okay. Hm. Und? Haben wir da noch irgendetwas? Nee, sieht nicht so aus. Bildfragment. Wo? Haben wir... Haben wir das Bildfragment schon irgendwo gebraucht? Ah, da oben ist noch etwas. Ähm... Katze. Was ist das? Die Tarnbarren. Schön, wie der Mond hier hinten scheint. Okay. Gut, dann können wir jetzt den letzten Stern auch machen. So. Dann haben wir uns die vier Sterne gecraftet. Sehr schön. Und da sind wir jetzt voll fertig hier. Die Kohlen sind immer noch heiß. Okay. Können wir da vielleicht noch irgendetwas anderes machen und später noch? Mal schauen. So, ähm... Du kommst hin. So, und jetzt haben wir den Hund. Hi. Juhu, du bist frei. Dank mir. Und gleich eingesteckt. Gleich eingesteckt. Ah, warte mal. Bevor wir jetzt zum Wolf gehen... Schauen wir da mal kurz rein. Schon wieder so ein... Wenn die Spinnweben magisch sind, brauche ich auch etwas Magisches, um sie zu entfernen. Okay. Eine, ich weiß nicht, eine sprechende Katze, einen sprechenden Nussknacker und eine sprechende Kerze. Das ist für mich schon sehr magisch, ehrlich gesagt, aber anscheinend nicht magisch genug. Was ist das hier eigentlich? Da brauchen wir die Hundefigur, sprich, da brauchen wir den Kopf noch. Was haben wir da noch? Die Wand wurde vor einem Leerraum gebaut. Brauchen wir einen Hammer? Brauchen wir wohl einen Hammer noch? Okay, gut. Dann. Er war nicht ein König, dann. Aber seine Obsehung mit Mary hat ihn mehr ambitioniert, als der average Rodent. Ich war immer da, bei Mary's Seite, standen in his way. Er hätte sich nicht gezwungen, wenn es nicht für seine Erkrankung ist, ein Buch von magischen Spellen. Er hat sie benutzt, um eine magische Staff zu kreieren und eine Armee von Raten zu kreieren. Sie haben ihn als der König. Dann hat er mich als ein Nutcracker. Und er hat sie benutzt, um eine Bärenfigur zu kreieren. So, das ist dasselbe. Ah, genau. Und die Hundehütte? Ja, ist dasselbe. Okay. Ich brauche etwas Langes und Dünnes, um es zu öffnen. Haben wir etwas Langes und Dünnes? Nicht wirklich. Die flackert. Okay. Gut. Dann gehen wir mal da hin. Und jagen jetzt mal... Den Hund. Oder hetzen den Hund auf ihn. Okay. Der Hund, das Menschen, bester Freund. Okay. So, da brauchen wir immer irgendein... Äh, ziemlich... Okay. Was... Wenn ich... Äh, wenn ein Glas schluss... Was brauchen wir da? Eine Ahnung. Okay. Gut. Sehen wir uns da nochmal um. Da haben wir ein Bild von Bären. Ich bin mittlerweile ziemlich gut im Verstecker finden. Ich muss nur noch herausfinden, wie man das hier öffnet. Vielleicht mit einem Bären. Nee. Weißt du, eine Vermutung, weil da eine Bären... Oder ein Foto von... Einen Bären oder zwei Bären davor hing. Okay. Ähm. Oh, sogar die Jagdtrophäen sind geschmückt. Weihnachtsschmuck macht immer wieder glücklich. Aha, da haben wir den Hundekopf. Was haben wir da noch? Der Korken ist jetzt ziemlich fest. Können wir den... Der sicher vereist. Vielleicht... Hoppala. Vielleicht bin ich etwas müde. Okay. Haben wir die Zange noch? Haben... Nein, die Zange haben wir nicht. Okay. Gut. Sonst... Da könnten wir rein. Aber bevor wir da erst reingehen... Gehen wir mal zurück. Mhm. Wir könnten ja natürlich auch mit der Karte zurück. Aber ja. So geht's auch. So. Ah, jetzt sind wir hier komplett fertig. Und haben jetzt die Hundefigur. Diese Hundefigur, die konnten wir... Wo nochmal... Wo nochmal... Da... Warte mal, da habe ich was gesehen. Da habe ich was gesehen. Hey, hey. So. 10 von 25. Okay. Ähm, wo konnten wir denn... Ah, warte mal, warte mal. War das hier irgendein? Da brauchten wir ein Rad. Da brauchten wir irgendetwas anderes. Hier. Oh, und wie ein Bild. Okay. So, gerahmtes Bild. Walnuss, Garn. Walnuss haben wir hier. Den Garn. Wo war der Garn? Oder wo ist der Garn? Und ein gerahmtes Bild. Das Bild haben wir hier. Jetzt brauchen wir noch einen Rahmen. Erst hier. Der Garn. Das kann wieder ganz klein sein, theoretisch. Okay. Ich glaube, das suchen wir später. Zug, Christbaumkugel, Spinne. Christbaumkugel und Spinnen habe ich in jedem Wimmelbild schon gesehen. Da hatten wir die Spinne. Und eine Christbaumkugel. Da haben wir hier. Und ein Zug noch. Zug, Zug, Zug. Kann ja auch nicht so schwer sein, oder? Ein Zug. Zug. Zug um Zug. Finde ich jetzt auf die... Gar nicht. Okay. Ein Löffel. Schon wieder ein Löffel. Was? Mutterschlüssel. Äh, Schüssel. Schlüssel, nicht Schlüssel. Und Blatt. Okay. Im Blatt, das haben wir hier. Ein Löffel. Den haben wir schon mal gesucht und nicht gefunden. Und auch hier finde ich ihn jetzt auf den Schnellen nicht. Mutterschlüssel. Hä? Was ist das? Ist das so ein Schlüssel zum Aufziehen einer Spielbox? Oder Flaschenpost? Ah, okay. Wolf. Habe ich hier schon gesehen. Holzbecher, Papierrolle. Schon wieder eine Papierrolle. Äh. Holzbecher. Da brauchen wir vielleicht noch einen Korkenzieher. Okay, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber das war wohl die Mutterschlüssel. Ähm. Einen Garn brauchen wir auch noch. Die Efer haben wir da. Ich sollte sie aufbrechen. Oder aufbrechen. Okay. Hammer. Hammer. So, haben wir die Papierrolle. Holzbecher. Oh, der Becher ist kaputt. Wie sind die kaputt? Wo ist denn der kaputt? Okay, der ist sonst schon kaputt. Wo auch immer der kaputt ist. Ähm. Was brauchen wir noch? Löffel, Zug, Garn. Den Löffel haben wir hier. Einen Zug. Zug, Zug. Wo ist der Zug? Wo ist der Zug? Wie ist denn der Zug? Da ist der Zug. Garn. Das Richtige ist ein richtiger. Da? Okay. Holzbecher. Wir müssen den irgendwie reparieren, aber mit was? Mit was können wir den reparieren? Hm. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, was bei dem kaputt ist. Hm. Das heißt, ich kann jetzt nur mich nur umsehen und herumprobieren. Ah. Ah, der Henkel fehlt. Warte mal. Wo ist das fehlende Teil? Ich habe es gefunden, aber irgendwie. Oder muss ich das mit etwas anderem noch kombinieren? Warte mal. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal was. Hm. Da ist ein Pinsel. Oder vielleicht brauchen wir noch einen Leim zum ankleben. Ah, Tatsache. Hier schon. Yep. Und da. Jetzt haben wir es. Und da haben wir einen Holzbecher. So. Ist das wieder ein Bildfragment. Wo brauchen wir die Bildfragmente? Nee, da brauchen wir irgendwas magisches. Was langes, dünnes haben wir auch noch nicht. Ähm. Sonst ist da hier eigentlich nichts mehr. Da brauchen wir irgendwie ein Hamm. Bergwerk. Okay. Brauchen wir irgendwie ein Bergwerkzeug noch? Hm. Okay. Wir müssen immer da rein. So. Was haben wir denn da Schönes? Erst suche ich wieder mal nach. Puppen. Sehe ich auf die Schnellen nicht. Okay. Ähm. Dann sehen wir uns mal. Ich konnte nicht, Mary, aus dem Rat-King. Ich war nur ein Kinds-Toy. Kein Maß für eine Armee von Ratten. Ah. Klicke zu Fortsan. Das übersehe ich immer. Ich wusste, dass sie nach mir waren. Also habe ich aufhören. Mhm. Until I came upon a strange house, deep in the forest. A wise old cat appeared out of nowhere and told me this. A curse is only broken with a kiss. I'd have to get to marry before midnight. Okay. Ja, haben wir noch ein wenig Zeit. So. Die Anzahl der Trophäen zu urteilen, muss dieser Jäger ein guter Schütze sein. Okay. So, hier. Ähm. Das scheint wieder festgefroren zu sein. Der Trichter ist festgeschraubt. Okay. Ähm. Als erstes mal. Die Wärme einer Kerze allein reicht hier nicht aus. Oh. Okay. Und da brauchen wir irgendetwas Schraubenzieher-mäßiges wieder. Oder Schraubendreher-mäßiges. Was haben wir hier? Haben wir eine Zange? Haben wir die jetzt schon gefunden? Noch nicht, ne? Nee. Jemand wollte wohl verhindern, dass andere sehen, was sich dahinter verbirgt. Okay. Da brauchen wir eine Zange. ne? Ja.